hallo ihr lieben und herzlich willkommen zu unserem ich glaube dritten live stream jetzt hier diesmal habt ihr themenwünsche eingereicht mehr als wir heute behandeln weil es einfach auch den rahmen dann sprengen würde aber die themenwünsche die wir heute nicht behandeln vergesse ich nicht ich nehme die mit für eine der folgenden live streams wir haben das ja jede woche jetzt dieses format und es darf gerne wachsen das darf auch gerne mit euren anregungen wachsen und ich nehme es mit und es wird dieses thema dann noch mal geben was machen wir heute heute machen wir kasseration und beginnen aber mit körpersprache ihr habt euch gewünscht dass wir über die körpersprache eigentlich eher zu mensch und uns angucken also dass wir uns diese körpersprache angucken dafür brauche ich natürlich auch erstmal so ein bisschen video material also das heißt wenn ihr etwas habt wo ihr sagt sagt mal was der hund da macht oder wie was mache ich hier gut das mache ich nicht gut sendet mir das gerne ein wir nehmen das mit ich habe euch jetzt eine hund hund kommunikation mitgebracht die wir uns jetzt gleich einmal angucken und die frage ist jetzt was sehen wir dort es ist eine kleine sequenz die beiden hunde kennen sich sehr gut sie kennen sich vom welpenalter an zu sind jetzt beide sogar pubertät sie mögen sich gerne und trotzdem werden wir doch einiges zu sehen kriegen ich spiele es einmal ab ohne es zu kommentieren dann spiele ich es noch einmal ab mit ein zwei fragen die ich euch gestellt habe und dann werde ich es selber mit kommentieren so ihr seht jetzt gleich anton in schwarz weiß und joshi in braun so ihr wisst ihr später moss den藤 Magic geht sich anton in schwarz activate sie haben sie wiederопросfen wie sie hat dann sie So, war nicht ganz einfach, die beiden so einzufangen, weil sie wirklich irremäßig schnell sind. Und ihr seht, dass sie manchmal auch am oberen Rand des Bildes sind. Der erste Impuls ist, dass man sagt, ach ja, die spielen aber schön. Doch in diesem ganzen Verhältnis zwischen jemandem, ja, sie spielen am Ende tatsächlich. Aber dazwischen ist auch noch relativ viel Konfliktverhalten da. Und das möchte ich euch noch einmal zeigen. So, bevor wir uns das jetzt noch einmal angucken, möchte ich euch ein paar Informationen mit auf den Weg geben. Und zwar, wie zeigt es sich denn, dass Hunde einen Konflikt hatten? Es gibt da die Übersprungshandlung. Übersprungshandlungen sind alle Handlungen, die irgendwie in der Situation deplatziert sind. Zum Beispiel ein ganz aufgeregtes Schnüffeln am Boden, obwohl da nichts ist. Ein Anspringen, ein Rennen, ein Überrennen. Häufig auch in Bezug auf den Besitzer dann einen anspringen aus der Situation, die völlig deplatziert ist. Einen in die Leine beißen. Und junge Rüden machen es tatsächlich manchmal auch, dass sie dann anfangen, die Leine zu rammeln. Auch das sind alles so Übersprungshandlungen. Was man noch sehen kann als Konfliktverhalten, wenn der Hund sich geschüttelt, dann war vorher ein Konflikt da. Weiteres, das sehen wir jetzt hier nicht, aber ich möchte es der Vollständigkeit trotzdem nochmal sagen. Wenn Hunde so gähnen. Und nicht gähnen, weil sie gerade aufgestanden sind und ganz gemütlich von ihrem Platz runter marschieren und so ein bisschen müde sind und sich nochmal strecken und trecken. Sondern dieses Gähnen, also dieses wirklich maulweit aufreißen, überstrecken und ganz kurzes Gähnen. Also die Augen gähnen da gar nicht so mit, sondern die sind meistens so weit aufgerissen. Das ist ein Zeichen für, hey, ich bin im Konflikt. Oder es gab vorher einen Konflikt. Oder das, was von mir gefordert ist, löst in mir irgendeinen Konflikt aus. Konflikt heißt nicht immer schlecht. Und es heißt auch nicht, dass ein Leben stressfrei ist. Also mein Leben ist zwar sehr schön, aber auch nicht stressfrei. Und es geht ein bisschen darum, wie man denn mit dem Stress umgeht. Und es geht auch darum, dass wir Menschen erkennen, wann der Hund denn was zeigt und was das bedeutet, sodass wir adäquat darauf reagieren können. Wenn der Hund beispielsweise in einer Situation, wo wir eine Hunde begegnen, schon vorab Stresssignale zeigt. Und ich fange jetzt an mit dem Sitz und nein und ich blocke dich und ich mache viel Druck und ich drücke dich vielleicht noch hinten runter oder nimm die Leine ganz schraff. Also ich gebe da noch mehr Druck rein. Einfache Rechnung. Was wird passieren? Es wird halt nicht passieren, dass der Hund so hat, oh ja, okay, jetzt bin ich mega entspannt und geschüttet. Aber ich habe vorher gezeigt, ich habe Stress und Konflikte. Du nimmst es nicht wahr, siehst es nicht und packst noch mehr Stress in die Situation. Das kann halt nur schief gehen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns das im Kleinen angucken. Wir gucken uns jetzt gleich nochmal gemeinsam an, Szene für Szene, was die beiden dort tun. Und dann am Ende lasse ich es noch einmal ganz durchlaufen, damit ihr selber noch einmal gucken könnt, okay? So, sie schnüffeln hier gemeinsam. Anton, der Schwarz-Weiße hier, springt weg. Die Szene ist übrigens aufgenommen, direkt nachdem die Leinen losgemacht wurden. Also sie haben sich vorher nicht Hallo gesagt, sie haben vorher auch nicht viel miteinander interagiert, sondern das ist quasi, da fand vorher ganz kurz eine kleine Begrüßung statt. Und sie kommen jetzt aus der Begrüßung raus. Anton muss auf einmal auf diesem Kunstrasen, ganz wichtig, Anton ist hier schwarz-weiß, ganz, ganz wichtig schnüffeln. Yoshi steht hier so ein bisschen verplant in der Gegend rum. So, einmal schütteln, Stress abschütteln. Denn so eine Begrüßung, selbst wenn sie freundlich ist, selbst wenn alle Hunde alles richtig gemacht haben, ist nicht konfliktfrei. Also keine Kommunikation ist so richtig konfliktfrei. Und das ist auch nicht Ziel der Sache, das ist auch nicht schlimm. Aber wichtig ist halt zu erkennen, so, ah, okay, ja, das war jetzt anstrengend für Yoshi. Die beiden sind in der Pubertät, da geht es halt auch viel darum, wie sind die richtigen Verhaltensweisen, Verhaltensweisen, was ist die Etikette, wie ist der Knigge, also dass sie das alles auch nochmal lernen in der Hund-Hund-Kommunikation. Das findet nicht nur im Welpenalter statt, sondern festigt sich halt tatsächlich in der Pubertät. Das ist mit auch ein super wichtiger Schritt oder ein super wichtiger Fakt, dass die ohne lernen, sich in solchen Begrüßungen zurückzunehmen. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie die Begrüßung in der Szene jetzt aussah, aber man sieht halt, dass es hier Konflikt gegeben haben muss. Klar, also mit Konflikt meine ich nicht, dass die sich angeknurrt haben oder so. Das mitnichten. Aber Anton ist ja ganz schnell weggesprungen. Yoshi geht nochmal raus, schüttelt sich nochmal frei. So. Jetzt ist hier Anton so ein bisschen verlegen. Hat man eben auch nochmal gesehen, so, hey, was willst denn du? Bedeln, um nochmal seine freundliche Absicht zu zeigen. Und jetzt müssen, jetzt guckt Yoshi, was schnüffelst du denn da eigentlich? Ist da wirklich was interessant? Sie tun jetzt beide so, als hätten sie was, weil keiner will sich die Blöße geben. Aber schlussendlich sieht man, wie wenig und wie kurz sie sich mit dieser Situation befasst haben. Schnell weg! Anton hat hier vorher, ich gehe nochmal ein bisschen zugucken, auch noch viele Seitenblicke zu, ähm, so, wenn man das langsam abspielt, kann man das nochmal ganz gut sehen. Er schnüffelt. Und hier geht aber die Nase trotzdem hoch in Richtung Yoshi, ne? So, Seitenblick. Da ist der Seitenblick. Wenn man das so langsam abspielt, sieht man nochmal, wie der Kopf sich in die Richtung dreht. Er schüttelt sich. Da guckt Anton ganz genau hin. Jetzt haben sie beide auf einmal dort was zu tun, obwohl keiner so richtig weiß, was sie dort tun. Typisch für Pubertätshunde hier. Und sie fangen an, also Anton versuchte sich irgendwie wie so ein bisschen, hä, aus der Situation raus zu wenden. Versuchte sich so ein bisschen frei zu laufen und läuft sich jetzt ganz bewusst frei, ne? Also, ähm, zack, ist sogar einmal über Yoshi drüber gebreitert. Bisschen unhöflich in der Situation. Hätte auch sein können, dass ein erwachsener Hund, also ich bin mir sehr sicher, dass er sich das bei einem erwachsenen Hund niemals, nie getraut hätte. Das war so ein bisschen schon freches Anbuffen, ne? Aber er rennt sich jetzt hier frei. So, sie wissen beide nicht so richtig, hey, wie starten wir denn unser Spiel? So, und jetzt fangen sie an. Jetzt kommt hier mal so ein bisschen Födeln rein. Und das geht eher hier von Yoshi aus, ne? Also Yoshi macht so die Pfoten hoch und fängt an so ganz, äh, so ein bisschen, so ein paar Hüpfer reinzumachen. So, hier habt ihr eben nochmal schön gesehen, dass es auch eine kleine Pause dazwischen gab, ne? Also hier war nochmal ein Playdown, also nochmal eine ganz bewusste Spielaufforderung. Hier nochmal von Yoshi auch dieses Gefötel. Da, hm, ein bisschen unscharf hier. Aber man sieht hier nochmal, dass er die Fote so ganz ausladend Richtung Anton hebt. Spieleaufforderung seitens Anton. Föteln seitens Yoshi. Yoshi überlegt sich jetzt hier, dass er die Spieleinladung von Anton annimmt. Und jetzt ist Yoshi immer noch nicht ganz hundertprozentig entspannt. Ups, schon zu Ende. Ja, spannend wäre es jetzt gewesen, wenn ich noch ein bisschen länger gefehlt hätte. Weil man sieht auch am Ende hier, dass Yoshi, ich gehe nochmal kurz zum Ende, immer noch nicht ganz entspannt ist, ne? Also es gibt ein paar schöne Szenen, ein paar schöne Spielmomente, aber nicht alles. Man sieht, dass Yoshi noch relativ steif ist. Ich sage gleich nochmal, woran man erkennt, dass Spiel wirklich Spiel ist. So, wir lassen es nochmal ganz von Anfang durchlaufen. Yoshi verplant in der Gegend. Er hat etwas ganz Wichtiges zu tun. Ich glaube am Anfang, ich gucke nochmal kurz, sieht man, ja, ich glaube Yoshi, wenn ich das jetzt nochmal zurückspule, er schnüffelt im Genitalbereich, was Anton unangenehm ist. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, aber das vermute ich, weil er hier irgendwie den Kopf da so zwischen den Beinen hat, halb. Und Anton aber vorher mit etwas ganz anderem beschäftigt ist und so ein bisschen aufschreckt. So, huch, ne? Hier kommt das, huch, was machst du da? Yoshi, hüff, hat er nicht mitgerechnet, er wollte ja nochmal kurz gucken. Er, unsicher, hüff, weiß nicht so richtig, wie er darauf reagiert, springt weg. Hat etwas Wichtiges zu tun, muss ganz wichtig schnüffeln. Yoshi verplant in der Gegend. Puh, damit hat er jetzt nicht gerechnet, dass er was falsch gemacht hat. Schüttelt sich. Okay, probieren wir es nochmal. Was hast du denn da? Wollen wir zusammen schnüffeln? Anton? Hä, Mist, da ist gar nichts. So, kriegt Yoshi jetzt auch ziemlich schnell mit. Wäre da wirklich was Interessantes gewesen, hätte Yoshi dann natürlich auch noch weiter geschnüffelt. Anton, wieder verlegen, springt weg. Versucht sich wieder so ein bisschen frei zu schnüffeln, weg zu schnüffeln. Hm, weiß immer noch nicht so richtig, wie er auf ihn zugehen soll. Versucht jetzt mit einem Rennspiel die Situation irgendwie so ein bisschen zu deeskalieren. Also es ist ja nie so, dass irgendwas eskaliert ist, ne? Aber er versucht sich halt so ein bisschen aus seiner Verlegenheit zu helfen. Ich glaube, das trifft es besser. Er versucht sich aus seiner Verlegenheit rauszurennen. Und versucht dann in so ein Spiel überzugehen. So, und zwischenzeitlich schafft er es dann auch genau mit solchen kleinen Spielbewegungen zu sagen, ey komm, und wollen wir jetzt hier zusammen? Sie brauchen halt einfach einen Moment, um eine Gemeinsamkeit zu finden, um ein gemeinsames Spiel zu finden, um sich aufeinander einzustellen. Und das sieht man hier ganz schön. Woran sieht man, dass Hunde wirklich spielen? Also im Spiel ist der Körper entspannt. Der ist nicht so stocksteif. Im Spiel werden alle Körpergesten übertrieben dargestellt. Das heißt, die Pfoten werden ganz ausladend geworfen. Es wird das Maul ganz weit aufgerissen, wenn man so tut, als wenn man den anderen beißen würde. Die Augen sind weiter aufgerissen. Also es wird übergestikuliert. Ähnlich wie wenn wir Humor anbringen, dass wir auch mal übergestikulieren, um unserem Gegenüber verständlich zu machen, du, ich meine das gerade gar nicht ernst, ne? Also so im ironischen Faktor kann man das ja manchmal, also sieht man das im Menschenbezug halten manchmal. Das ist bei Hunden auch so. Damit immer deutlich wird, dass es gerade nicht um eine Ernstsituation geht, sollte der Körper halt entspannt, puddingmäßig sein. Die Rollen sollten sich hin und wieder mal tauschen. Aber es gibt auch Spielpartner, wo einer es immer cool findet, erlegt zu werden. Oder wo einer es immer cool findet, vom anderen gejagt zu werden. Das sind häufig Spielpartner, die sich gut und lange kennen. Da muss das nicht unbedingt immer gleich viel getauscht werden. Was aber sein sollte, ist, dass es auch mal so eine Spielpause gibt. Dass es so kurze Inhaltmomente gibt. Man sagt, okay, wollen wir noch weitermachen? Ja, okay, wir wollen noch weitermachen. Also dass halt so eine höfliche Einladung zum Wiederaufnehmen des Spiels nochmal da ist. Und es nicht die ganze Zeit irgendwie so ein Vollpower ist. Das ist bei Hunden natürlich in der Sequenz sehr, sehr kurz. Also wirklich nur dieses, kurz Pause. Okay, und es geht weiter. Trotzdem sollten diese Momente da sein, in denen diese ganze positive Spielenergie auch mal ganz kurz pausiert und dann nochmal wieder neu einsteigt. Ich werde versuchen, also im Moment haben wir kein Spiel. Das ist halt einfach ein bisschen dem geschuldet, dass bei solchen Spielsituationen häufig dann auch der Mindestabstand unterschritten wird. Ich werde aber nochmal gucken, ob ich vielleicht Alfie mit einer Lieblingsspielpartnerin aufnehmen kann, damit wir vielleicht beim nächsten Mal nochmal wieder in dieses Spiel, also Körpersprachspiel und wie sieht es aus. Es gibt Hunde, die sind in ihrem Sozialwesen sehr, sehr sozial und können sich gut auf unterschiedliche Spielpartner einstellen. Alfie ist beispielsweise nicht so der Renner. Also der rennt nicht so gerne, meine ich damit. Er mag Fangspiele nicht. Das ist ihm einfach so anstrengend und sein Körperbau ist halt eher kastig. Also er ist gar nicht so der windschnittige Hund. Er kann schnell laufen. Er kann sehr schnell laufen, wenn er will. Aber das, ja, das macht er mal ein, zwei Runden mit und dann hat er da auch nicht mehr so Bock drauf. Das ist nicht sein Lieblingsspiel. Er findet so Ketschen ganz cool mit Bodychecks und sich mal erlegen zu lassen. Und ich habe mich ein bisschen geärgert, dass ich heute die Kamera nicht mit hatte, denn er hat mit einer seiner Lieblingsfindenden gespielt. Die ist deutlich jünger als er. Ich glaube fast zwei Jahre jünger als er. Und er lässt sich auch gerne von ihr erlegen. Also es ist halt nicht so, dass nur weil er älter ist und er dominanter sein muss und so. Nee, er macht sich auch mal klein für sie und er lässt sich auch mal überbuttern von ihr. Aber es gibt halt auch klare Regeln. Und wenn sie die überschreitet, dann gibt es Ärger. Dann macht sie kurz, hä hä, Entschuldigung. Und dann geht es wieder weiter. Na also kurz mal eine Grenze gesetzt zu bekommen, ist nicht schlimm. Konflikt ist nicht schlimm. Die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist entscheidend. Okay. Wenn ihr Videos von der Mensch-Hund-Kommunikation vielleicht von euch mit eurem Hund habt, die ihr gerne analysiert haben möchtet, könnt ihr mir die gerne einsenden. Dann sprechen wir da auch nochmal drüber. Und dann gehen wir da auch mal drüber. Untertitelung des ZDF, 2020